Ich denke zufriedene Kunden sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Unternehmen und das wollen wir eben weiterführen, was unsere Väter begonnen haben und das ist für uns schon sehr wichtig, auch dann im Hinblick auf die sicheren und guten Arbeitsplätze, die wir 90, 95 Mitarbeitern zur Verfügung stellen wollen. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Ihre Volksbank Donauneckar.